Volker Schölzel, nächste Woche ist Cleanup Day. Ja, nächste Woche ist Cleanup Day am 21.09. von 10 bis 13 Uhr. Herzliche Einladung, liebe Neuwieder. Kommen Sie vorbei, machen Sie mit. Suchen Sie sich einen Platz aus in Ihrer Nähe, der Ihnen besonders auffällt, der dreckig ist, der gereinigt werden muss. Setzen Sie sich ein für Ihre Stadt Neuwied und tun Sie was.